Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Battlefield 4, hier bei mir, bei Yano Place. Ja, wir sind gerade im Panzer. So wie es alles aussieht, ja. Und, bumm, fallen wir hier. Weiß man unsere Stelle, weil die ganze Stadt, muahaha, nicht passen. Aber, guck, es geht sogar. Wenige Nackten. Okay, du Drecksack. So. Du bist gerade tot. Und wir sind auch tot. Mal sehen, wo wir gerade rechtsbollen werden. Ja, ich habe gerade angefangen und sind schon gestorben. War die erste Minute. Hat angefangen. Tut mir leid. So. So. Jetzt können wir richtig anfangen. Okay. Gehen wir weiter. Waffe wechseln mit. Hayek, genau. Da haben wir gerade etwas. Was? 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 Ich fahre. Überhaupt nicht und. Und das, ähm, Stoß mich da weg. Und das, ähm, Stoß mich da weg. Es kommen so viele Raketen, wie so. Was ist denn das? Aber, irgendwie, das hat gerade gebackt, denn, bei Panzer Fährton, dass ich ihnen das gedrückt hatte. Ähm, ja. Aber wir probieren es natürlich. Weiterhin. So. Vielleicht. Komm's nochmal. Ich mache jetzt gar nichts. Nix. Nix. Jetzt geht's. Überhoffe ich. Das ist kaputt, gut. Und das nächste. Und das nächste. Ampel. 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 Bolsa. Ampel. Mosti. Ampel. Ampel. Feuer! BAM 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 Das geht nicht kaputt Oh, da kommt der gleich Da bin ich wieder Jo So, jetzt auch kaputt der Ah, da können wir zoomen, perfekt Das ist praktisch Ja No Okay, wo haben wir das? Das ist Da oben Der Brat Auch noch So Das scheint kaputt zu sein Die Ampel auch Irgendwie Das ist Es geht Das ist Was ist Ah, hier Das ist Das ist Das ist Natürlich nicht. Ich kann jetzt wieder gar nichts machen. Kaput sind wir jetzt bald. Das ist halt auch noch. Ja. Ich hab's ge... Ich hab's kommen sehen. Sagen wir es so. Aber ich... Ich bin gerade bei mir. Vielleicht ist... Der Controller leer. Schau kurz mal. Ist eigentlich gut. Aber keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr aufbauen. Ich kann das nicht mehr aufbauen. Es ist kein Problem. Ich kann das nicht einfach schlafen. Okay. Maschinengewehr. Zerstören! Wo ist der Panzer von vorher? Da kommt er. 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 Da kommt er nicht richtig. Vielleicht geht es. So. 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 Boah, das ist aber auch nicht schade. Oben war aber auch noch eins. Lamm-Gehner-Gewicht. Ob das ja irgendwo vom Raketenwerfer? War einer. Da ist nichts mehr. Okay. Okay. Geht abs ist schon. Oh. Bapunk. Okay. Oh. Ich parks. Anfänger und wo ist dieses scheiß das ist ja schon kaputt 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 Ich muss ja einen kleinen Maschinen gewinnen, welchen zu tun. Okay, da ist es weg. Ich kann doch ein bisschen schneller wenden, bitte. So, komm. Ah, hau es kaputt. Okay, ich warte jetzt. Auf geht's. Oh, da werden wir wieder. Oh, fijn angezeigt. Ja, ich wollte ihn wegkennen, also ich. Set mich kleine Pussies. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. 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 Dann ist ja wieder so ein Ding. No, aber als heute man sieht der Pusskt los. Auch das. Ganz so. Oh-oh. Gumshot. Kritischer Schaden. jetzt ist sie da besser haben bis sie besser jetzt haben die dann 50 prozent wieder könnte ich muss noch etwas regenerieren naja ist egal regeneriert hier auf dem weg vielleicht so so und Ja, was ich noch können sagen will, ist, äh, bis jetzt waren meine Videos ja immer auf 720p. Ähm, was ja vielleicht eigentlich genervt hat, vielleicht auch nicht, aber das letzte Call of Duty war das, glaube ich, ja, bei 1080p, aber bei Battlefield 4 geht es überhaupt nicht auf 1080p, weil das Spiel läuft überhaupt nicht mit. 1080p ist es nicht, nur auf, ähm, 720p. Ähm, 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 äh, spielbar. Ja, dann kann ich auch nicht auf mehr hochladen. Aber bei den Spielen, wo man ja bis jetzt, also kann, ähm, 1080p spielen, sollte es auch, dass wir jetzt in 1080p kommen. Sollte. Sollte. Geld Hier ist ein Scha- Scha- Ja, ich... Das ist das Ding Okay Ja, das wollte ich einfach nur noch sagen Oh ja Geht das? Fynn, das ist aber schon ein Problem Aber Das ist einfach nur ein Problem Das ist einfach Genau, das ist einfach K vocabäuert die hundert so ist auch gut sollte mir niemand mehr in die Quere kommen denn sonst nichts weiter wer war wieder geschossen ich sehe nichts oh ja ja ist die 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 Ah, nein. Ja, da. Komm! So, komm jetzt. Ich verließe bitte. Tut's. Das kann ich noch nicht. Alter. Ah, da hinten an mir auch einen. Ah, hab ich da geflogen. Okay, jetzt bin ich ausgestiegen. Nachladen. Das hat mich hin. Revolver einmal noch. Immer noch rinschere, kleine Revolver. Ah, die sind schon hier. Sieht so aus. Seid vorsichtig. Gehen wir weiter. Da. Da. Oder. Ah, hier. So. Ja. Du bist so verdächtig still. Geht's dir gut, Hannah? Ja. Es gibt gar keine Antwort. Der redet mit dir. Äh, äh, triffst du das überhaupt oder nicht? Ich möchte eine neue Waffe nehmen dann mal. Die gefällt mir gerade nicht so perfekt, also nicht so gut. So. So. Ah. Fuck. Fenster? Keine Fenster. Fenster. Ach, nachladen. Wäre auch mal gut. Dann gehen wir. Hier. Oh. Bam. 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 Alter. Tod. Yes. Okay. Jetzt kam mir eine neue Waffe. Ich wollte eine Waffe. Ach. 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 hier. Und als Sekundärwaffe wollen wir eine Schrotflinte nehmen. Es war auch länger wichtiger, wenn man schon mehrfach eine Schrotflinte nehmen. Wir nehmen also einen Scharfschützer. Ist gut, oder? Ja. Ich auch schätze. Ah, fuck. Der Messer macht. Komm, Fliss. Ja, Maske. Auf, oder? Ja, stimmt also. Sie ist auf 0 Meter. Ich stelle mir gerade auf 150 Meter ein. Äh? Ah, die gefällt mir zwar nicht so gut, aber... Was denn was? Ich habe... Ich habe mich nicht so ein dickes Kaliber wie sonst. Oder... Wie fast immer. Wie irgendwie halt. So, komm, frisst ne Lager, genau, na, vielleicht noch, und da können wir hier weiter. Probieren was, auf jeden Fall, ich geh mal nach oben schauen, nach oben sind die meistens natürlich auch noch Feinde wie, die Skibale, was hat ein Meer da, ah, Kajak, was ist das Trophäe am Tag, ich hab mich schon mal gut, na, und da, boah, das ganze Hausangreifen, 100 Schuss, 100 Magazin, ok, sie haben ein Trophäe verdient, im, im Vorgehen, steht im Vorgehen, nicht, die zielt nicht gut, und ich kann damit nicht laufen, ok, was war nochmal das, ah, der Rest drüber, muss ich schon sagen, äh, was hat der da, ah, das ist schon auch ein, so ein, also, das ist ein richtig Schaff, das ist ein Gewehr, mit so einem Zoom da, ja, ne, mal das hier, ah, das ist ein Schiengewehr, das ist mir natürlich schon besser, ich krieg nicht mal, denn, da zähl ich mich denn immer, der Panzer, oder was, ok, jetzt haben wir 100, durch die Flaschen, durch die Flaschen, mhm, ok, der Macher ohne Schaden, ich will nicht, nachladen, der trifft mich ja bis dahinten, diesen, das für ein riesen, Pantheon, jetzt wurde auch ein, das ist das denn, schaffst fulliert, ich will nicht, äh, schaffst du mir so aufgew Flat al vậy, gest電 states, auswλ, fünfem�, Was ist das? Was ist das? Aber das ist doch Das ist doch Was ist das? Ich treffe den gar nicht. Nicht. Ups. Ja, keine Munition mehr. So. Das ist die alte. Und da hat... Das mit... 150... Metern eingestellt. Dann... Trotzdem nochmal hier hin. Mal sehen, was das ist. Nimm's doch! So, komm nochmal nachladen. Und schießen. Der muss zerstört werden. Noch einmal. Wir haben noch 80%. 70. Mal rein, komm. Und... Haben wir den zerstört? Ja. Ganz knapp. Achso, so. So knapp war's glaube ich nicht. Ich hab's nicht genau gesehen. Aber... Das war auf jeden Fall schon rot. Ah, wir haben's gesagt. Wir haben's geschafft. Das ist das Gute. Wir werden das. Das ist gut. Und... Benutzen wir's. Weiterhin. Und auch nicht. Das ist... So. Okay. Das ist das. Okay. Das können wir hier raus holen. Also nicht hier. Granaten natürlich. Wie immer. Das ist das. Oh. Headshot. Komm. Egal. Wir beginnen noch. Dann hast du nicht mal richtig. Nach unten. Möchte mir nur da oben bleiben. Zurück für dich! Geht's? Oh. Okay. Klar geht's bei dir. Natürlich. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wie heißt das? Wie ist 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 das? Oh. Knack. Danke. Danke. Ähm. Heißt die Hannah. Wie ist das? 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 So. Eine blaue Markierung im Kopf. Können wir's Neues auswählen? Ja, ich schlitte aber mal wieder das, damit ich die Grenade mache. Ach so. Was hab ich denn jetzt gemacht? Fail. Ok, ich... Ich kann halt das aus. Ist... Major Greenland erwartet euch. Ok, erwartet uns also. Diese Altsstadt. Wirklich alt. Wirklich alt. Wirklich alt. Wirklich alt. Können wir... Sie gehen wie kallt an. Was ist richtig? Viele Zeit. Ja, meine Leute Dann haben wir gerade Goto Graffiti Kann ich da heim? Und da sind ein paar Leute hier. Zielen können wir wieder. Was macht der? Der macht das dann. Ja. Die Lampe scheinwerfen. Was? Okay, wo ist das? Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß. Was sie tun müssen. Erledigen sie es einfach. Wir haben drei Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Toonstone? Allerdings mal. Wir haben eine halbe Stunde bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Ration. Notration. Genau. Fragen, los. Wir sollen also ihm folgen. Wir haben Greenland gefunden. Wir haben Greenland gefunden. Wir gehen rein. Okay. Okay. Und da ist sie. Ihr Assistent steht. Okay, schauen wir mal. Was ist das? Nein, das ist ein Auto. Genau. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, ma'am. Wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist. Nun mal kein Wunschkonzert. Ja, leider. Ach, Gürtchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am. Es ist sehr wichtig, dass... dass uns jemand nach Westen bringt. Die... Die Russen sind vor drei Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12 zu 1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten, meine lau... ...lauten anders. Das ist ein wahres Teufelszeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteilt. Sam-Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch... Zivilisten da? Evakuiert. Charging. Keine Zivilisten. Korrekt. Statt... ...ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn auch welcher da ist. Und... ...wenn wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar... ...Fuggeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich... ...da raus. Ich will nichts hören... ...bis ihr Erfolg habt. Dann... ...bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Okay. Dann... ...muss ich jetzt... ...und jetzt auch wieder einen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier bei Battlefield. Bye-bye. Bye-bye! Bis zum nächsten Mal.